herzlich willkommen zu einem weiteren video auf unserem kanal heute spielen wir wieder fortnite ohne zu bauen als reiner shooter und ich bin mir ganz sicher diesmal holen wir uns den epischen sieg so nicht mit einem sturmgewehr eigentlich ist das voll die schande jetzt kannst du dich noch ein stück weiter vor den fernseher setzen du nervst wirklich ich sitze nicht im bild ja ich sehe sonst nix die augen auf bei mir im haus ist auf jeden fall schon mal einer ahnung in welchem haus du bist er ist ich musste jemand mit meiner axt verkloppen okay konzentration no bone nur kill cool absturz spiel ist abgestürzt ich dachte du wärst auf die andere ps4 umgezogen ja die muss ein update machen cool schlafzimmer gehen und schon mal jetzt geht es wieder doch nicht abgestürzt war anscheinend ps4 fehler und kein fortnite fehler holen wir uns den epischen siegläuse natürlich es ist bei dir ja ich höre schritte ich nicht oh der ist tot gut gemacht er gehört jetzt mir erst jetzt mein eigentum kannst du noch schießen wenn ich ihn trage ja dann schlag schon ich hab ne sniper verschwendet an dich guck mal hegt schild ja kann ich gut gebrochen ich trag das mal für dich du bist so ein wichser ich hab keins bekommen ich brauch auch weh du brauchst lieber einmal live du brauchst lieber einmal live komm mal her wo bist du brenner hier bin ich komm her komm mal hier diesen pizzakarton nutzt du jetzt mal damit kannst du ihr leben machen ich hab aber achso du hast kein volles leben nein du hättest das ding hättest du auch benutzen können ja das macht ja voll ja willst du kein volles leben haben oder was ich hatte ja die hälfte noch ja hallo kannst du mir das mal wieder geben ja ne arsch das ist jetzt meins manfad du brauchst mir meine sachen zu klauen kommst du wieder her das ist richtig doof ich meine seit wir spielen und ich im bild spielen achso achso ja dann hat Sascha ungefähr zwölf ja deswegen brauch ich aber trotzdem leben die drei die du umgebracht hast hätte ich auch noch mit umgebracht halt doch mal deine fresse jetzt echt nervs das ist richtig gemein warum wolltest du überhaupt da sie mit spieler könnt ihr euch mal nicht so streiten ja ich streite nicht wir diskutieren das sagt jedes paar wenn es sich streitet und jemand drittes zuhört streiten nicht wir diskutieren wir lieben uns noch oh hier ist jemand okay ich komm ja schon bist du ach geschafft cool gut gemacht ist er gleich gestorben oder ist er auf dem boden erst gefallen hier ist ne sniper wer will ist er gleich gestorben oder ist er auf dem boden erst gefallen ist gestorben okay dann war er laut also es wird nicht mehr sind sie zuhört oder ist er zuhört die 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 Wie machst du das? Mit Kreis. Wo? Hier auf dieser Insel. Okay, warte mal. Ich lad mal hier meine Waffen durch und dann kannst du losgehen. Er wird es noch bereuen hier auf der Insel zu sein. Hier ist wohl doch keiner mehr, so wie es aussieht. Felix komm mal her. Wo bist du? Oh Schatz, echt jetzt? Ja, wir werden mal hin. Geh mal hier das Klohäuschen. Machen wir das Klohäuschen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das ist eine Rutsche. So eine Teleporter-Rutsche. Das war jetzt echt cool. Ich seh aber meine, ich seh meine Anzeige nicht mehr. Na jetzt. Ich bin jetzt woanders. Ja. Ich hab voll ein Schild. Ich muss hier nicht stehen. Okay, schön cool bleiben. 16 Leute noch, Junge. Hey, Jungs und Mädels, das schaffen wir. Nein, 16 mit uns. Das heißt eigentlich nur noch 13 Gegner. Das ist doch schön. Hier ist ein Haus voller Enten. Wer will nicht so was... Klohäuschen. Wer will nicht ein Haus voller Enten haben? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hätte auch gerne ein Haus voller Enten. Ja, aber wir haben leider... Wir haben leider nicht genug YouTube-Abonetten, um uns ein Haus oder Enten zu leisten. Ich glaub Enten könnten wir uns vielleicht sogar leisten. Felix, hast du mich grad angezündet? Ich hab dich nicht angezündet. Ich war in dem Haus drin. Das konnte ja keiner wissen. Hätt ich... Das denn? Wow, überall um uns rum wird geballert. Tot. Oh mein Gott. Und wo wo... Einer ist tot. Hier ist der tot. Hier sind aber noch welche. Ja, da oben auf dem Steg, da. Hier, äh, bei 146. 146. Ah ja, da. Ach, da drüben. Tot. Oh, den haben wir beide gleichzeitig gehittet. Sauber. Das war richtig schön. Das war richtig schön. Nice. Boah, da haben wir jetzt mal ganz... mit den Toden und so. Ey, was ist das für ein riesen Vieh? Was für ein riesen Vieh? Guck es dir bitte an. Bei 169. Das nimmt halt auch keinen Schaden, wenn ich auf es schieße. Oh. Oh. Ich seh nichts. Da fahrt sie bei mir. Okay, ich glaube es ist sauer geworden. Ach du scheiße. Ach du scheiße. Das ist ein Dino. Das Ding ist großartig. Wir müssen da aber lang. Äh, ne, wir müssen woanders lang. Wir müssen da lang. Wir müssen da glaube ich nicht lang. Das Vieh sieht böse aus. Ich glaube ich habe es sauer gemacht. Ist Pumpgang für mir? Oder für... Ich habe gar nicht eine Schrotflänze und sie ist für einen Nahkampf. Oh, hier ist es irgendwie mehr. Ja. 341. Hast du schön gemacht. Ich bin auch ziemlich stolz auf mich, muss ich sagen. Ey, wir haben auch... Oder ist jemand... 196. 196. Ne, ein... 6... 96. In dem Haus oder was? Oben auf dem Högel oder unten? Ne, der war hier gerade im Wasser. Im Wasser. Im Wasser? Okay. Ja. Ich komme. Ich komme dazu. Den jetzt aber auch nicht mehr. Vielleicht ist er gestorben. Ja, er ist gestorben. Ah ja, er ist gestorben. Okay, wir haben noch zwei Gegner, Leute. Den Sieg... Ohne zu bauen, Leute. Ohne zu bauen. Das nenne ich doch mal was. Wow. Da. Was heißt da? Ähm... 130. Im Sturm drin? Hier... Genau hinter dir, Fazit. Hier bei mir. Okay, nur noch einer. Nur noch einer. Ich hab kein Leben. Hier, ich hab so'n Ding. Willst du das? Ja, ich hab auch eins gehabt. Oh Gott, wie kommen wir hier hoch? Komm nicht überhaupt hoch? Nur mit bauen. Ohne bauen. Na, Bro, wo bist du? Oder? Nee. Doch nicht. Kommt die erst noch runter, oder was? Ach, hier oben. Die hängt in der Luft. Das ist ja blöd. Ich schieß mal ein paar Granaten in alle Richtungen. Kann ja auch mal alles Mögliche anzünden hier. Der Kreis wird eh gleich kleiner. Oh! Ah. Hat er sich selbst umgebracht? Ist wohl im Kreis gestorben. Epischer Sieg ohne zu bauen, so muss das sein. Oder hat jemand einen Peel gekriegt für den? Nee, ich nicht. Gut. Dann hat er sich selbst umgebracht.